Musik Ich habe ein schlichtes Denkmodell, nämlich je weiter unten ich im System bin, desto schneller muss ich handeln. Wenn ich eine Lehrkraft bin und gebe Unterricht, muss ich in Sekunden handeln. Ich muss reagieren auf den Bedarf der Schüler. Wo stehen sie? Welche Probleme haben sie? Was ist ihr Ausgangsstand? Wie motiviert oder unmotiviert sind sie? Wie kommen sie heute in die Klasse? Darauf muss ich im Sekundentakt reagieren als Lehrkraft. Wenn ich ein Schulleiter bin, mache ich einen Fehler, wenn ich zu schnell im Sekundentakt reagiere. Da muss ich mir vielleicht mal bei einzelnen Maßnahmen, selbst wenn es um konkrete Kollegen geht zum Beispiel, die Schwierigkeiten haben, muss ich mir mal einen Tag oder ein paar Tage Zeit nehmen, um zu überlegen, was ist denn die richtige Maßnahme, um mit schwierigen Fällen umzugehen. Ich muss überlegen. Ich brauche Zeit und ich muss damit rechnen, dass ich ein paar Jahre brauche, um eine Schule weiterzuentwickeln. Und wenn ich ein System umstellen will und mir überlege, wie baue ich für ein Land eine konsistente Unterstützungsstruktur, dann muss ich das auch langfristiger anlegen. Dann kann ich nicht alle drei Jahre wieder neu überlegen, ob ich ein Landesinstitut in zwei Institute aufspeite oder aus drei wieder eins mache, sondern dann muss ich das einmal machen und dann bleibt das zehn Jahre so. Und ich muss damit rechnen, dass so eine Organisation erst mal zwei, drei Jahre braucht, bevor sie vernünftig arbeiten kann. Genauso eben beim Aufbau von Schulinspektionen bei G8 und so weiter. Das heißt, und das ist das Problem, dass die Öffentlichkeit dieses nicht wahrnimmt. Eltern wollen natürlich sofort eine Reaktion. Sie brauchen jetzt die Erzieherin für ihr zweijähriges Kind. Sie brauchen jetzt den Lehrer, der vernünftigen Unterricht gibt für ihr Kind. In drei Jahren hilft ihnen das nicht. So, das müssen sie aber sozusagen vor Ort sicher kämpfen. Und manche organisieren sich dann selbst und gründen Elterninitiativen und was weiß ich. Aber die Bildungspolitik, denke ich, wäre schlecht beraten, wenn sie sozusagen genauso kurztaktig agieren würde, wie es beispielsweise ein Lehrer oder eine Schulleitung machen muss. Ganz häufig sieht man, dass Länder etwas voneinander abgucken in ihrer Bildungspolitik. Beispielsweise hat sich das System der Schulinspektion oder das G8-Gymnasium oder das Zentralabitur, diese Dinge haben sich mit rasanter Geschwindigkeit in Deutschland verbreitet. Dazu braucht man keine Bundesregierung, die so etwas vorgibt. Das gucken sich die Länder untereinander ab. Und für mich als Bildungsforscher ist es schon etwas erschreckend, mit welcher Geschwindigkeit sich solche Reformen automatisch durchsetzen, weil jeder mitmachen will, bevor an irgendeiner Stelle jemand mal systematisch untersucht hat, was das denn für Konsequenzen hat. G8 zum Beispiel ist nie systematisch evaluiert worden. Niemand hat mal geguckt, was macht es denn mit den Lehrplänen, mit den Personen, mit den Lehrern, mit den Schülern, mit den Eltern, wenn diese Reduktion ist. Es gibt vielleicht verschiedene Varianten, die wir mal alternativ ausprobieren könnten. Nichts. Es ist automatisch ganz, ganz schnell übertragen worden. Und das ist eine Art, sehr viel Innovation ins System zu bringen, schnell zu reagieren, auch im Föderalismus voneinander zu lernen, die man gut finden kann, weil sie lebendig ist und Neuerungen bringt. Aber es führt eben nicht dazu, dass systematisch gelernt und entwickelt wird. Was mir noch auffällt, wie gesagt, ist, dass unser föderales System im Bildungswesen, so wie es im Moment funktioniert, wie gesagt, entgegen allen Umrufen, die man häufig so hört, sehr wohl in der Lage ist, schnell bestimmte Reformtendenzen zu verallgemeinern und zu verbreitern. Wie gesagt, manchmal zu schnell, weil man einfach etwas übernimmt, was Land B gemacht hat, damit es in Land A auch möglichst schnell Realität wird, weil Eltern das einfordern, weil die Öffentlichkeit denkt, wenn die G8 haben, müssen wir auch schnell G8 haben, etc. Also Schulreformen werden sehr schnell umgesetzt. Was uns fehlt im föderalen System, ist ein systematisches Lernen und eine gemeinsame Ressource dafür, was zum Beispiel Best Practice in Schulen ist. Da fehlen zentrale und geteilte Informationen und Maßnahmen. Wenn man etwa weiß, dass es auf der Bundesebene schon schwierig ist, auch Forschungsansätze gemeinsam auf den Weg zu bringen, weil zum Beispiel so etwas wie eine Forschung zu Ganztagsschulen, ein nationales Problem nur möglich ist, wenn 16 Länder oder jedenfalls mindestens mal 14 Länder auch jeweils sich beteiligen, dann weiß man, dass es ein sehr schwieriger Prozess ist. Die Veränderung, auch das Gefühl, etwas Neues wagen zu können, das kommt nicht, indem man von oben neue Strukturen und neue Vorgaben schafft, sondern indem man Freiheit schafft, aber auch indem man Begleitung gibt. Also Beratung und Unterstützung sind extrem wichtig. Da müssen die Ressourcen reingehen und dass man auf die Ergebnisse guckt. Und deshalb bin ich, obwohl ich denke, dass ich sehr an einer innovativen pädagogischen Arbeit interessiert bin, bin ich gleichzeitig voll davon überzeugt, dass wir ein Evaluationssystem brauchen. Und das ist das, was die zentrale Instanz machen muss. Sie muss Freiheiten schaffen, sie muss Ressourcen bereitstellen, sie muss kompetente Unterstützung gewährleisten und sie muss ein Evaluationssystem schaffen, was Feedback ins System bringt. Und nicht mehr. Und dann aufhören, immerzu neue Schulformen zu erfinden. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir jetzt Verbesserungen feststellen können im Schulsystem selbst, in den Grundschulen schon. Da gibt es übrigens parallele Entwicklungen in diesem Jahrzehnt, die auch messbar gewesen sind. Und die setzen sich dann fort im Sekundarbereich. Insbesondere sind sozusagen Benachteiligungen etwa von Zugewanderten geringer geworden. Das Problem liegt, würde ich sagen, fast stärker an den Rändern des Schulsystems. Das heißt, in der Frühförderung muss mehr getan werden. Und da gibt es große Versprechungen aus der Politik, gerade die Betreuung von unter Dreijährigen zu fördern. Und wenn man hinguckt, wie stark der Ausbau ist, auch wie viel Personal fehlt, dann sieht man, dass in diesem Bereich viel zu wenig tatsächlich passiert. Und hier gibt es nach wie vor riesigen Nachholbedarf. Oder beim Kindergarten und dann beim Übergang in die Grundschule, da gibt es viel Aktivismus, was etwa Sprachdiagnostik, Sprachförderung anbelangt. Aber die Qualität dieser Maßnahmen ist sehr umstritten, sehr problematisch. Und hier fehlen einfach systematische Anstrengungen. Und die andere Seite ist dann die, die Sie eher angesprochen haben, was passiert eigentlich nach der Pflichtschule. Was wir dann gelernt haben im Bildungsbericht, ist, dass hier relativ viel Zeit vergeht, ohne wirklich die Jugendlichen produktiv voranzubringen. Und dass eben auch an dieser Schwelle ganz viel an sozialen Unterschieden entsteht. Dass genau dort die Jugendlichen mit Migrationshintergrund etwa besonders benachteiligt sind. Wenn Sie mit vergleichsweise guten Schulnoten sich etwa um eine Lehrstelle bemühen, haben Sie Nachteile. Das ist so, nach wie vor. Und das kann Schule nur bedingt konterkarieren. Also deshalb würde ich heute sagen, eine ganz, ganz wichtige Aufgabe von Schule ist wirklich diese Berufsvorbereitung. Da gibt es gute Modelle, etwa der Zusammenarbeit mit Betrieben, mit Industrie- und Handelskammern und so weiter. Auf Wiedersehen! Untertitelung des ZDF, 2020